Setz dich und hör zu, wenn du willst, dass Leute aufhören, dich wie ne Pussy zu behandeln, hör auf dich wie ne Pussy zu benehmen, Lektion Nummer 1. Wenn du so ne Klatsche kriegst, dann klatsch einfach zurück, aber lauter, ja? Morgenschätzchen. Oh, scheiße, da liegt schon wieder ne Bitch in meinem Bett, was hab ich gestern Nacht nur getan? Da meinte ich gestern zu meiner Frau, du bist ja echt zum Anbeißen, da meinte sie, sie bin nicht wirklich so schön, da meinte ich, nee, du riechst wie ein Kotelett. Aber Julia ist so heiß, nach der Fall ist sogar der Wasserkessel. Hey, kannst du mir auf Instagram folgen? Nein, du Mittelstrahlprinzessin, in deinen Stinke-Schlitzen würde ich nicht mal meinen zweiten Schwanz stecken. Schurschloss, der Lehrer lutscht, keine Bücher, keine Zicken, Zeit für Party, Zeit zum Kiffen, gleich hab ich echt nen Sitzen. Oh Baby, du bist echt was Besonderes, wie heißt du nochmal? Wie bitte, du Blitzspritzer? Du weißt nicht mehr, wie ich heiße, Opfer? Ich wollte dir diesen Teletubi-Orgasmus-Krieger, ey, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Wiss ich! Deck nicht, ich hätte Angst vor dir. Alles cool, ich muss nur die Ruhe bewahren. Ach du verfickte Scheiße bist du hässlich, da fällt man ja vom Glauben ab! Alina, 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 Alina! Alina, Alina, Alina! Ich meinte, ich würd's nie wieder machen, also werd ich's auch nie wieder machen. Selbstbeherrschung ist der Schlüssel zu allem. Einfach cool bleiben, die Ruhe bewahren und... Das scheiß verfickte Papier regt mich auf! Was für ein wunderschöner Morgen. Spiegelein, Spiegelein in meiner Hand, wer ist der schönste im ganzen... Ah, verfickt bin ich hässlich! Huff, die Handzeit, meinen Mädelssohn zu schnauern. Die Abteilungsmatratze will, abgesehen von dir, keiner flachlegen. Ich muss erstmal hier ein bissel Scheiß rauslassen. Na, einen Schritt und ich verarbeite dich hodendrompeter zum Brei! Deine Mutter, Alter! Hatsatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Mach Leckung vor und dein Astloch. Probier's doch, du Vorhautparasit. Oh, shit. Hey, Micha, Micha, Micha. Hör mal auf zu stressen. Oh, tut mir leid, gefällt dir das nicht, Mina? Scheißegal, Alter. Deine Pfotenbelze bitte schön bei dir, Kleiner. Ein Panda auf dem Baum, ja, was macht er? Lässt gleich einen fahren, denn so sind Pandas. Alina, 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 Alina.